Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich dieses Rätsel da machen. Geht bestimmt die Tür beim Jump'n'Run auf. Ich werde das, diese vor der Truhe, dieses Gitter. Oh, oh ja, das kann sein. Kann echt sein. Was ist denn da? Ich bin gespannt, ob wir dieses Flugteil brauchen oder nicht. Ja, ne? Und wenn, wofür? Ja. Hä, wo war denn das? War das höher? Das Rätsel war höher, ne? Ich glaube. Oh Mann. So. Was ist hier? Ne, es ist zu weit oben. Ein Stück runter noch. Hier war's. Ah. Also auf den, nicht auf den Kabel, sondern auf dem Cleanstone. Ja, genau. Kommen die Redstone-Blöcke. So hier? Ne, das ist kein Cleanstone. Äh, das ist ja auch doof. Also hier. Genau. Ähm, hier. Hier. Und da. Hier. Okay. Ja, cool. Da brauchen wir nur noch einen Schalter. Haben wir ja einen, ne? Ne, wir haben einen, ähm, Schlüssel. Ja, toll, was soll man jetzt machen? Können wir jetzt... Key vielleicht? Mit dem Key das machen? Oder ist das auch offen? Ja, es ist offen. Es ist offen. Oder ist das, weil ich alles geöffnet habe, dass alles schon offen ist? Nein. Meinst du nicht? Das wird ziemlich doof. Ja, wenn's so ist, dann spielen wir es einfach so durch, als... Ja. Aber da oben waren auch noch ein paar Türen zu, oder? Eine war offen, deswegen hab ich mich eben schon gewundert. Ja, ähm... Hä? Ups. Ja. Scheiße. Ich dachte, die würden dann automatisch wieder zugehen. Ja klar, wenn die Hebel nicht mehr dran sind. Ja gut, ähm... Dann wohl doch nicht. Hä? Wir lassen uns jetzt davon nicht beirren. Ups. Nee. Wir hatten natürlich nicht die Absicht zu tun, jetzt, ne? Nee. Ich fühl mich jetzt voll schlecht. Ich auch irgendwie, aber... Weil ich dachte, die Türen würden wieder alle zugehen. Ich bin jetzt davon ausgegangen, weil das halt das Einzige war, was nicht funktionierte. Ja, aber guck mal, dieses Geld da bei der Truhe, wofür wir den Schlüssel brauchen, ist ja auch zu. Ja, das ist bestimmt dann auch verpackt. Jetzt aber oft, ne? Ja. Na ja, gut. Na ja, gut. Na ja, der Bauer, da hat sie sehr viel Mühe gegeben. Und das ist auch eine amüsante Map. Ja. Aber leider verpackt. Und deshalb macht sie dann auch irgendwo dann keinen Spaß mehr. Nee, weil man nicht weiß, wohin man gehen sollte. Wenn, würde da stehen, ähm, ja, das und das Tor ist offen. Das wäre ja dann kein Problem, wenn es verpackt wäre. Dann wüsste man das ja sofort. Aber da steht ja nur, ein Tor ist offen. Ja. Ja, gut, welches von den vielen? Ja. Das ist halt das. That's the problem. That's the question. Ja. Gut. Ich zeige nochmal hier meine Jump'n'Run Scales, die nicht vorhanden sind. Ja, super. Klappt doch. Guck mal. Noch. Und dann komme ich wieder diese beschissene Leiter nicht hoch. Oh, Entschuldigung. Doch, doch, das klappt schon. Ein Jump'n'Run hat ja in dem Sinne... Da, warum rutsche ich da einmal runter? Ich bin auch nicht so begabt. Warum? Ein Jump'n'Run hat nicht so viel mit Horror zu tun, oder? Sehe ich das falsch? Ja. Ich weiß nicht. Jedenfalls finde ich das immer so ein bisschen... Mmh, muss das jetzt sein? Ja. Ein Jump'n'Run in der Horror-Map... Ich finde das halt echt schade, weil in diesem Fall, wenn das unter Horror-Map gelistet ist, will man kein Puzzle oder eine Adventure-Map. Ja, sondern eine Horror-Map. Ja. Wo du dich erschreckst, wo du schwitzige Hände kriegst, Herzklopfen bekommst und so, ne? Wo du mal schreist, dass die Nachbarn denken, was geht denn da ab? Die kriegen schon wieder einen auf den Korb. Da. Ich mach nix, ich mach nix. Und es geht nicht. Warum? Ach, du kriegst das schon hin. Einer hast das schon hin gekriegt, also. Oh, Mann. Oh, die Map, die kann man nicht lösen. Deswegen heißt die so. Ah. Deswegen heißt unsurft. Jetzt kapier ich das auch. Ja, ich auch. Unsurft, ungelöst. Ja. Der Map-Abbauer konnte einfach nicht lösen, wie er alle Gates irgendwie miteinander verbindet. Dass es auch klappt. Ja. Ja, das ist natürlich klar. Er hat uns also sozusagen schon mit einer versteckten Botschaft vorgewarnt. Ja. Ja, das ist natürlich wieder lobenswert, ne? Sehr nett, dass er uns vorgewarnt hat, dass man das nicht lösen kann. Eben. Man muss immer schön das Positive sehen. Wenn wir das geschafft haben, haben wir alles geschafft im Leben. Ist das nicht traurig? Okay, das ist echt traurig. Das war ein Prank. Ich habe schon mal gesagt, ich hasse Leitersprünge. Ich hasse Leitersprünge. Vor allem dann noch diese Ekligen, die um die Ecke gehen. Die hasse ich noch viel mehr als so gerade. Die Ekligen, ja. Ja. Besonders Spinnen. Stopp. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte mal. Ein bisschen so hin. Klick einfach auf die Truhe. Huh, zwei Hebel. Und Leitern. Ey, vielleicht brauchen wir die noch. Nimm die mit. Ich nehme sie mit. Ja, bitte. Dann können wir legal cheaten. Ja. Wenn das überhaupt geht. Ja. Und sonst ist hier halt nichts, ne? Ne. Das hat sich ja richtig gelohnt, ey. Yippie, endlich nicht mehr in diesem grünen Raum. Das war echt mal. Wow. Ich bin so impressed. Ja, ich auch. So. Halt, dieses auch, dieses hin und her laufen, verstört einen auch irgendwann, ne? Ja. Hier waren wir schon. Ja. Immer wieder. Hier. Gut. So, und jetzt, welches Geld bitte mit Namen? Bitte. Irgendein benanntes Geld. Please, please, please. Bitte, ja. Das ist jetzt die Spannung hier. Ja, ja. Hä? Ich kann das gar nicht platzieren. Warum? Im Ernst. Doch. Er geht. Opent. Schon wieder unbenannt, ey. Ne, das kann aber nicht wahr sein. Guck mal, das kann ich gar nicht platzieren, ne? Ist auch verpackt. Oder ist das für irgendwas anderes? Für das Redstone. Ja, wahrscheinlich. Gut, dann gehen wir erstmal zum Redstone. Obwohl, wir haben da noch nicht alle Sachen. Uns fehlt auch noch der Knopf. Holzknopf, ja. Hier waren wir ja überall schon. Den kriegen wir bestimmt. Oh. Den kriegen wir bestimmt in der verschlossenen Truhe da. Wo das Geld noch zu ist, aber vielleicht sogar schon geöffnet sein sollte. Ich weiß es nicht. Kann alles sein. So, auf den schwarzen Block hier. Ach, auf den. Ja, genau. Oh, ah. What? The Iron Traitor is gone. You can now place the button. Ja, sorry, Kollege. Haben wir nicht. Haben wir noch nicht. Ne. Leider nicht. Dann sollte, dann gehen wir mal mit dem Schlüssel jetzt unten zu Chest. Meinst du? Glaube nicht, dass es aufgeht. Oder guck mal mal um die Zimmer durch. Genau. Guck mal das mal. Jetzt ist die Reihenfolge eh egal. Okay. Oh, ist denn das? Hat sich jemand ausgelebt? Okay, das ist schon großartig. Oh, nee, das nicht. Lass mal an. Auf jeden Fall. Oh, nee, siehste. Den nehmen wir auch noch mit? Ja, komm. Jetzt haben wir die immer eingesammelt. Machen wir es. Okay, jetzt gehen wir mal hier hoch. Was gibt es hier oben? Nichts. Okay. Hallo. Okay. Okay, wir haben wieder einen Schalter. Na Gott sei Dank. Die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, ne? Warum? Vielleicht ja doch. Vielleicht sollte das ja auch offen sein. Wir wissen es halt nicht. Paper. Hier ist nichts. Nee. Noch ein Hebel. Und hier. Und da oben ist noch eine Kiste, oder? Der geht nicht auf. Okay. Gehen wir hier jetzt durch? Oh, der ist dunkel da. Wow. Wie, was ist das? Für ein Gebilde. Gott. Jesus. Wenn hier jetzt kein Jumpscare kommt, ne? Oh. Oh, der ist jetzt so spannend. Oh, noch ein Redstone-Bloch. Noch ein Hebel. Und noch ein Hebel. Ja, jetzt haben wir bald alle zusammen. Ja gut, dann gehen wir jetzt wieder. Jetzt haben wir ja eigentlich fast schon alles gesehen, ne? Ja. Leggy, leck, leck. Oder wollen wir nochmal oben gucken? Ja, gucken wir mal kurz. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Hier ist noch zu. Siehste? Dann ist es richtig gewesen. Okay. Oh, das ist offen. Oh, habe ich jetzt da schon mal geknackt? Ja. Oh. Oh, okay. Okay. Bis zum nächsten Mal.